Cara Estelle Winger ist eine US-amerikanische Speerwerferin. Bei einer Körpergröße von 1,83 Meter beträgt ihr Wettkampfgewicht 84 Kilogramm. Sie hält seit 2010 mit 66,67 Meter den US-amerikanischen Rekord im Speerwurf. Leben Sie besuchte bis 1999 in Seattle die Alki Middle School und bis 2004 die Skyview High School. An der Purdue University machte sie 2009 einen Abschluss in Ernährungswissenschaften. Sie ist seit September 2014 mit dem Kugelstoßer Russell Winger verheiratet. Mit dem Speerwerfen begann sie, als sie in die 9. Klasse ging, auf Empfehlung ihres Erdkundelehrers. Trainiert wird sie seit 2010 von TY7. Erfolge Sechsmal gewann sie die US-amerikanische Meisterschaft im Speerwerfen. 2008 und 2009 in Eugene, 2010 in Des Moines, 2011 wieder in Eugene, 2014 in Sacramento und 2015 erneut in Eugene. 2012 in Eugene war sie hinter Brittany Bormann Zweite geworden. 2013 in Des Moines konnte Brittany Bormann ihren Erfolg wiederholen, Cara Winger wurde Dritte. Bei der US-Meisterschaft 2010 warf Cara Winger mit 66,67 Meter einen neuen nordamerikanischen Rekord. Den US-Rekord hatte vorher seit 2007 mit 64,19 Kim Kreiner gehalten. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London kamen sie nicht über die Qualifizierungsrunden hinaus. Ihr Auftritt in London war beeinträchtigt worden durch eine Verletzung ihres linken vorderen Kreuzbandes. In der Diamond League 2010 wurde sie im Gesamtklasse-Moor hinter Barbara Spota-Kova Zweite. 2015 gewann sie die Meisterschaften der North American, Central American and Caribbean Athletic Association in San Jose. 2015 gewann sie die Meisterschaften des Moines-Rekordes. 2015 gewann sie die Meisterschaften des Moines-Rekordes.